Sehr schön. Ich bin wieder auf dem Schiff. Machen wir mein Handy aus, ne? Vielleicht besser. Bist du ein Schiff organisiert hast, bin ich mehrere Tagesreisen von hier entfernt, du. Bist du ein Schiff organisiert hast, bin ich mehrere Tagesreisen von hier entfernt. Also gut. Mit Konzentration. Du brauchst Hilfe? Also, ich würde dir gerne helfen. Ganz ehrlich, aber eine Kopfkaltjägerin hat es auf meinen hübschen Hals abgesehen. Was bist du? Hm, du meinst, deine Mutter war ein Pinguin und... Oh. Und dann... Was bist... Halt aufhören. Danke. Was bist du? Oh. Äh, das ist die Lampe. Das ist das Mikrofon. Oh. Nochmal. Hallo, da. Vieh, raus aus dem Studio. Hm. Verstehe. Eine noch, bitte. Verstehe. Verstehe. Ja. 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 Ja.